Voodoo.de Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de VR. Heute gibt es wieder was zu gewinnen und zwar eines der besten Spiele in der letzten Zeit für VR und zwar Demeo. Das könnt ihr gewinnen für die Oculus Quest 1 und Oculus Quest 2. Und der Link zu diesem Gewinnspiel, der ist unter dem Video in der Beschreibung drin oder auch im ersten Kommentar angepinnt. Da müsst ihr unbedingt draufklicken, weil da findet ihr auch die Bedingungen und die Dauer des Gewinnspiels. Ihr müsst natürlich mindestens 18 Jahre alt sein und das wäre natürlich wichtig. Wenn ihr das Review noch nicht gesehen habt zu dem Spiel, das findet ihr jetzt rechts oben in der Infokarte eingeblendet. Da könnt ihr euch das mal anschauen, wie das aussieht. Ich kann euch garantieren, das ist ein absolut tolles Spiel. Also macht mit beim Gewinnspiel, klickt auf den Link und dann landet ihr beim Gewinnspiel und könnt dann mitmachen. Ich freue mich darüber. Danke, dass ihr das Video geschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Moodle. 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 Moodle.